Wir kennen die Hollanders wie sehr potente Menschen mit einem sehr hohen Libido. Rekreativ, funktionell, Ort zur Entspannung. Die Holländer lieben die Geschlachtgemeinschaft. Und darum bin ich hier am Sexhauptstadt der Welt mit der Frage, was ist Ihnen Geheimnis? Wir machen einen Rapport über das hohe Libido von den Hollanders. Oh, die hohe Libido, der Sexdrive. Ja, das passiert. Haben Sie wohl ein Sex gemacht? Ja, natürlich, ja, ja. In Deutschland kennen wir die Hollanders wie Menschen, die sehr gut sind ins Bett. Ja, das bin ich auch. Was ist in Ihrem Geheimnis? Neugierig bleiben. Die holländischen Menschen, die haben viel Kompassie, romantisch. Die sind sehr charmant. Ich denke, das gute Fräschchen. Und was ist das größte Fräschchen? Das Gemüse und die Produkte von Kaus, die Milch, die Dairy-Produkte. Milch und Joghurt und die Quark. Ja, das hilft. Das hilft. Für die bessere Sex. Ja, das hilft. Ich habe auch gehört in Holland, ihr habt ein Pflüggertje. Ein Pflüggertje. Ein Pflüggertje, ja. Was ist das? Das ist ein Quickie am Englisch. Ein Quickie, das machst du dann vor, dass du erst arbeiten, auch vor der Fitness. Nein, ich liebe das gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist kein Pflüggertjes, Mann, ne? Nein, ich liebe das stundenlang. Stundenlang, wie lange, wie besser. Kein Problem, ganze Wochenende. Das ist ein holländische Mentalität. Das macht ganze Wochenende. Hallo. Hallo. Ich bin Roni. Nino. Hallo, Tag Nino. Was ist das? Die California Dreaming. So, you want to see how it works? So, people put it on their nose. To feel the vibrations. Und dann kriegen Sie einen Orgasmus. Yeah, yeah, I think so. If you do it long enough. Das ist fantastisch. Und Sie haben hier die sechs Arbeiters. Sehr, sehr sicher, ja. Und Sie nennen das das alteste Beruf. Den Welts. Ja, ja. Das ist in der Aude Ägypten so geblieben auch. Aude Ägypten mit den Pharao und die Kleopatra. Und dann machen die das auch für Geld oder Edelsteine. Sie hatten ein eigenes Wallen in Ägypten. Ja, na, 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 na. Das ist für Männer. Das ist auch für die Nase. Ja, ja, ja. Fantastisch. Ja. Das grösste Passiv von den Hollanderen ist das Betrieben von der Liebe. Und wie sie das hier sagen, das Liebe geht durch die Nase. Bis zum nächsten Mal.